Vielen Dank. Der Mann gibt uns die Ehre. Professor Frank Übrall ist Jahrgang 71, also im Durchschnitt eigentlich relativ jung, kommt aus Köln, hat dort Politologie studiert und stand in das freie Journalistentum übergewechselt und hat da auch durch die Karriere gemacht. Mit Beiträgen bei diversen Presszeitungen und vor allen Dingen nach dem Fernsehen, ZDF und ARD und NTV. Okay, dazwischen hat er nochmal promoviert, zunehmend bei in Tübingen, auch in Politologie, über den Kölner Klügel. Kölner Klügel ist jetzt schon fast ein Sprichwort geworden, darüber müssen wir heute auch ein bisschen berichten. Inzwischen ist er auch Professor an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Das ist so Halbzeit, die andere Hälfte, aufgespaltet in den freien Journalismus und seit 2015 ist er auch, offiziell heißt das, der Bundesvorsitzende des deutschen Journalistenverbandes. Das ist eine ganz wichtige Sache. Er hat zahllose Veröffentlichungen, Vorträge und so weiter geschickt gehalten, veröffentlicht, ist aber auch Autor, Mitarbeiter von einigen Büchern, wird Autor von einigen Büchern. Das letzte war, wie war das? Der Handel. Das letzte war, abgeschmiert, die deutschlandische Korruption, heruntergeschmiert, abgeschmiert. Also ich habe mal so ein bisschen, ja, quer durchgelesen, es lohnt sich. Und das Thema ist praktisch der Spannungsfeld, so zwischen Freundschaft, Networking, jemandem einen Gefallentum, der Pater des Grüßen. Und der Klümer, der wird schon Ärzte, und der Korruption. Und das lässt sich nicht so eindeutig voneinander trentern, es gibt keine scharfen Grenzen, es ist eine Grauzone. Und das wird heute auch das Thema über das Vortrag sein. Daneben ist noch zu empfehlen, er ist ein ziemlich begeisterter Blogger, glaube ich, habe ich jedenfalls den Blogs entnommen. Und ist Initiator der Internetplattform politikinstitut.de und da lohnt es sich auch mal, in das reinzugucken. So, jetzt gehört die Bühne hinein. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung, dass wir heute Abend hier sind. Frank Nüberg, ich heiße wirklich so, habe sozusagen den Beruf nach dem Namen gewählt. Ich habe keinen Übster Name, ich habe schon Seminare gehabt, wo ich einen Ausweis auch umgehen müssen lassen müssen, weil man glaubt, das ist eigentlich nicht, ich heiße wirklich so. In der Tatjahrgang 71, ich wollte immer Journalist werden. Irgendwie war das für mich immer klar und ich habe angefangen in einer Klassenzeitung. Also es gab jemanden bei mir in der Klasse, der konnte gut zeichnen, Comics zeichnen, der konnte aber nicht wirklich schreiben. Und ich kann nicht zeichnen. Zeichnen und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Und dann haben wir eben erst mal so eine Klassenzeitung gemacht, wo wir ein bisschen über Lehrer gelästert haben und so. Und das ist so gut angekommen, dass das zur Schülerzeitung wurde. Dann haben meine Eltern mir angetan, innerhalb von Köln umzuziehen. In einer neuen Schule gab es keine Schülerzeitung. Dann habe ich ein Anzeigenblatt angefangen. Also bei uns ist das, und Wochenspiegel heißt das, was Mittwoch so in den Hausschule geworfen wird. Und da hat es mich noch relativ lange gehalten, da habe ich Forderungen gefehlt und beschrieben. Habe dann Politik, Pädagogik, Geschichte, auch Magister in Köln nebenher studiert. Und wie gesagt, das sage ich auch bei meinen Studenten immer heute, geht nicht Kellnern, geht nicht Eis verkaufen oder sonst was. Und man versucht schon Referenzen zu sammeln. Und ich habe das große Privileg gehabt, mir mein Studium tatsächlich auch über journalistische Arbeit finanzieren zu können. Ich habe nach diesem Studium eigentlich meine ganzen Unterlagen feierlich in die großen Altpapiercontainer, die wir damals noch hatten, geworfen. Weil in Köln ist Politikwissenschaft eine reine Strukturlehre. Man lernt Systeme auswendig, das ist irgendwie ganz nett, aber das möchte ich nicht daneben anmachen. Und irgendwann wurde ich eingeladen von Hans-Georg Wehling, einem Professor von der Universität Tübingen damals, zum Thema Klümmel. Der hatte bei der Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen angefragt, sagt mal, habt ihr nicht irgendjemanden, der zum Thema Klümmel was erzählen kann? Das war so ein katholischer Studentenverband. Dann habe ich meinen Vortrag da gehalten und dann hat er anschließend gefragt, ich suche schon seit langer Zeit jemanden, der dazu promoviert, hätten Sie da nicht Lust drauf? Dann hat er gesagt, Gott bewahre, nein. Ja, in Nordrhein-Westfalen ist es so, Sie müssen ein großes Latinum machen mit Konversationsprüfung beim Regierungspräsidenten. Und da ich kein Latein in der Schule hatte, das ist auf der einen Seite gut, weil ich Englisch und Französisch, ja, Französisch nicht mehr so in der Übung bin, aber das habe ich nicht mehr gelernt, das fand ich sehr gut. Aber Latein hatte ich nie Lust drauf. Ich musste das kleine Latinum fürs Studium irgendwie machen und dann habe ich gesagt, nee, also, muss ich nicht haben, sagt er, nee, braucht man bei uns in Baden-Württemberg nicht, wenn Sie einen gültigen Abschluss haben. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, tatsächlich auch noch zu promovieren. Da ist dann dieses Werk, der Klümmel in der politischen Kultur Kölns, herausgekommen. Und dann hatte ich mich mittlerweile etwas weiterentwickelt. Jetzt vor 20 Jahren habe ich beim Westdeutschen Rundfunk als fester, freier Mitarbeiter angefangen, habe für WDR und ARD viel Berichterstattung gemacht, auch viel Korruptionsberichterstattung gemacht. Das war damals für Köln noch recht neu. Im Kölner Rathaus hat jeder ihm gesagt, Klümmelkorruption, sowas gibt es jetzt nicht. Und Sie erinnern sich, vielleicht kommen wir auch gleich nochmal drauf, so Müll- und Spendenskandal. Ja doch, wir hatten dann doch irgendwie so einiges gehabt in der Folge. Und das waren aufregende Zeiten. Als dann der Fraktionsvorsitzende der SPD und gleichzeitig Landtagsabgeordnete überraschend zurückgetreten ist und dann bundesweit diese Affäre bekannt geworden ist, weil es im Zusammenhang mit der Spendenaffäre von Helmut Kohl, der auch die Spendernamen, das heute nicht gesagt hat. Und das Gleiche passierte bei der Kölner SPD. Und auf einmal war das sozusagen ausgleichende Gerechtigkeit. Ein kleines Lokalthema aus diesem Millionendorf Köln war plötzlich parallel zur CDU-Spendenaffäre riesengroß in den Medien. Und alle tauchten in Köln auf, Fokus, Spiegel, ARD, ZDF, alle wollten darüber berichten. Und das war natürlich mein großer Vorteil, dass ich schon immer über Rathauspolitik berichtet hatte und da ganz gut vernetzt war. War dann noch zwölf Jahre bei der Deutschen Presseagentur für Taz, für Bild. Ich glaube, ich bin der einzige Journalistin in ganz Deutschland, der für Taz und Bild gleichzeitig gearbeitet hat. Also breit aufgestellt, Welt am Sonntag und so, also verschiedene Sachen gemacht. Spiegel online dann später auch. Ich bin auch immer noch bei WDR mit etwas angezogener Handbremse, weil ich wenig Zeit habe. Denn ich habe dann mein Buch, ich komme jetzt nicht aus reichem Elternhaus, ich habe dann mit dem Bouvier Verlag einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, ich zahle keinen Cent für die Publikation des Buches, weil ich davon überzeugt bin, dass das Ding sich verkauft. Und dafür gibt es ein Honorar erst ab dem 501. Exemplar. Wir haben über 3000 Exemplare verkauft. Was für ein politisches Sachbuch, zumal noch für einen Dissertationstext wirklich gut ist. Das habe ich gemacht über möglichst viele Lesungen und Vortragsveranstaltungen wie diese. Keine Angst, ich habe keine Bücher dabei. Ich mache ja heute nicht den Staubsaugervertreter. Damals habe ich dann auch an Hochschulen Vorträge gehalten und unter anderem wollte ich an der Fachhochschule Düsseldorf mal einen Gastvortrag halten. Über einen Freund war das irgendwie geklümmelt. Den Anker schon mal zu werfen. Und der Gastvortrag ist bis heute nicht zustande gekommen. Aber er rief mich irgendwann an und sagte, hör mal, mir ist hier gerade ein Lehrerauftrag da weggelaufen, mitten im Semester. Kannst du mal schnell einen Kurs übernehmen und mit denen wissenschaftliches Propädeutikum machen? Was ich lehre? Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Habe das dann gemacht, habe dann weitergemacht mit Politikwissenschaften und Medienwissenschaften an der Fachhochschule Düsseldorf ein paar Jahre. Und jetzt vor vier Jahren, vor guten vier Jahren, bin ich bei der HMKW, Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, mit einer halben Stelle, sie hatten danach gefragt, berufen als Professor. Ich mache also Medien- und Sozialwissenschaft. Zentrale unserer Hochschule ist in Berlin. Darauf erzähle ich das so ausführlich. Ich bin am Campus Köln und wir haben eine S-Bahn-Station von hier entfernt, am Bahnhof West, haben wir jetzt gerade zu diesem Semester auch einen Standort eröffnet. Aber ich bin, wie gesagt, am Standort Köln. Ich hatte mir auch so heute Nachmittag überlegt, da mal kurz vorbeizufahren, aber es hat Termin nicht geklappt. Weil, das ist eben das, was im November vergangenen Jahres dazugekommen ist, Bundesvorsitzender vom Deutschen Journalistenverband. Der DJV ist Europas größte Journalistenorganisation. Wir haben rund 34.000 Mitglieder, das sind ausschließlich hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten. Wir sind Gewerkschaft und Berufsverband, also auch tarifliche Gewerkschaft. Und das ist viel, um mal den Vergleich zu ziehen, die DJU in Verdi, also im DGB, die Journalisten im DGB, haben 22.000 Mitglieder. Wir haben 34.000. Das bedeutet zum Beispiel in Bundestagsanhörungen und sowas, da muss da meistens ich mich hinbewegen, weil immer die größte Organisation gefragt wird. Insofern bin ich viel unterwegs, bitte auch im Verständnis, 21.27 habe ich mir mal die S-Bahn ab Rödelheim rausgesucht, um dann wieder zurück nach Köln zu kommen, weil morgen früh um halb neun stehe ich wieder vor den Studenten, wie jeden Freitag im Semester. Ja, für diese Doktorarbeit habe ich mich dann mal etwas systematischer mit dem Thema Klümmel beschäftigt. Klümmel, das ist ja ein Begriff, der eben nun mal volkstümlich aus Köln kommt. Und es gab eigentlich bisher, bis zu dem Zeitpunkt, niemanden, der sich da mal wirklich systematisch mit beschäftigt hat, so wie es bei den Rheinländerinnen und Rheinländern eben auch belebt wird. Es gab Erwin Scheuch, den Soziologen, mittlerweile leider schon verstorben, der hat Klümmel und Korruption als Begriff gleichgesetzt. Ich habe dann, als mein Buch erschienen war, und ich diese vier Lesungen mache, irgendwann auch mal mit seiner... Genau, das ist das. Die dritte Auflage, die, glaube ich, auch schon vergriffen ist mittlerweile. Ich habe mit seiner Frau, mit Ute Scheuch, im Kölner Presseclub mal eine sehr harte Diskussion gehabt, und die war richtig sauer auf mich, weil sie sagte, ich beschädige das Andenken ihres Mannes. Also die Wissenschaft lebt davon, dass man auch unterschiedliche Ansichten hat. Und Klümmel ist nicht gleich Korruption. Wir haben uns dann auch wieder ausgesöhnt, aber man muss eben auch da um Begrifflichkeiten wirklich streiten. Wie ist es im bundesweiten Bereich? Klümmel und Korruption wird in der Tat in der medialen Berichterstattung gleichgesetzt. Klümmel und Korruption. Klümmel ist so das schöne Wort, gerade wenn es ums Rheinland geht, aber zum Teil auch, wenn es gar nicht ums Rheinland geht. Wenn es irgendwo um den Fußballklümmel geht oder irgendwelche Dinge. Das ist so das schöne, nicht justiziable Wort. Ich finde etwas weicher. Korruption ist justiziabel. Wobei den Begriff Korruption finden Sie im Strafgesetzbuch nicht. Das ist dann Vorteilsbewehrung oder Annahme. Das ist Bestechung, Bestechlichkeit. Trotzdem ist, weil es so eingefahren ist, ist, wenn Sie jemandem Korruption vorwerfen, dann ist es justiziabel. Wenn Sie schreiben Klümmel um, ich habe immer lieber geschrieben Wirbel um, das ist genau das Gleiche. Man drückt sich halt vorsichtig aus. Und da wir mittlerweile im Journalismus das Problem haben, dass sehr viele Presserechtsanwälte sehr schnell sehr aggressiv werden, wenn sie über jemanden berichten. Das ist wohl eher gleichzusetzen mit Filz. Ja, nein. Filz hat auch schon wieder so etwas Negatives. Also erstmal, in dieser Verwendung ist es gleichzusetzen. Ja. Das Problem ist, dass Sie an der Stelle die Kommunikation mit den Kölnerinnen und Kölnern aufhören können. Weil die verstehen unter Klümmel etwas ganz anderes. Die verstehen auch diese Ebene darunter. Aber Sie verstehen auch etwas ganz anderes darunter, was man sich erstmal erschließen muss, was gar nicht so einfach ist, wenn man nicht aus Köln kommt. Insofern hatte ich die ständig teilnehmende, die überall teilnehmende Beobachtung. In einer Ankündigung habe ich es gelesen, der überall klümmelt nicht. Das muss ich an dieser Stelle korrigieren. Ich klümmel sehr wohl. Aber eben in diesem Bereich des positiven Klümmels. Klümmel ist, ich habe das so als Pyramide mal dargestellt, und zwar als, da habe ich meinen Grafiker damals zum Wahnsinn getrieben, weil ich gesagt habe, diese Pyramide muss drei Stufen haben, aber die drei Stufen müssen in grauen Stufen ineinander überfließen. Weil es gibt, wie Sie ja schon erwähnt haben, genau da ist ja auch zu sehen, es gibt keine klaren Trennigen hier. Das muss also ein Stück weit ineinander übergehen. So, und gerade bei dieser Pyramide sieht man die untere, der untere Bereich ist dann auch der größte Bereich. Das habe ich situative Kooperation genannt. Also eine aus der Situation bediente Kooperation. Man kann in Köln auch sagen, so eine Mischung aus Nachbarschaftshilfe und dringt doch eine Mitmentalität. Den Karnevalsschlager bringt doch eine Mitstelle, die Stösseraden. Haben Sie es schon mal gehört? Jetzt hier in Frankfurt. Und das ist ja wirklich so eine Lebenshaltung. Das kann Ihnen tatsächlich in der Kneipe in Köln passieren. Sie gehen in eine Kneipe rein und Sie werden zum Kölsch eingeladen. Und das ist auch erst mal völlig unverbindlich. Wenn Sie da eingeladen werden, ich habe meine Freundin hier aus dem Schwabenländle und ich war mit deren Familie unterwegs, also deren Schwager, gab dann mal Bier aus und ich gab auch ein Bier aus und so tun das immer hin und her. und irgendwann sagte ich, er hat manchmal einen etwas leicht übersäuerten Magen, deswegen bin ich mit größeren Mengen Alkohol etwas vorsichtig und ich weiß ganz genau, wann ich mal lieber aufhören sollte oder sonst lasse ich mir das nochmal durch den Kopf gehen, das ist nicht schön. Und deswegen sage ich ja, nee, stopp, an der Stelle hier, ich möchte jetzt kein Bier mehr. Dann trink was anderes. Nee, ich möchte nichts mehr trinken. Ich habe jetzt echten Wasserbauch. Der war richtig sauer. Ich habe es nicht verstanden. Warum ist der jetzt sauer? So, und irgendwie, der Reihner hat mir das Herz auf der Zunge, man spricht sowas auch direkt an, es war tatsächlich so, dass der über den Abend mitgezählt hatte und festgestellt hatte, dass ich ein Bier mehr ausgegeben hatte als er und das konnte er so nicht stehen lassen. Auf die Idee kommt der Kölner nicht. Auf die Idee kommen sie nicht, wenn sie so sozialisiert sind, dann ist es irgendwie so, ja, vielleicht gleicht sich das ohne wieder aus und wenn nicht, dann eben auch nicht. Eben wirklich dieses dringt auch eine mit, wo man eben keine, das ist das, was Scheuch behauptet hat, Dankesschulden anhäuft. Das ist wirklich altruistisch. Man mag es ja heute kaum noch glauben, aber es ist tatsächlich so, dass man damit erstmal gar nichts verbindet, sondern einfach so, ach, das ist sympathisch, ja, trinken wir halt ein Bier zusammen. Und wenn der sich das leisten kann, dann bezahlt er das Nächste und wenn er sich das nicht leisten kann, ja, trotzdem noch sympathisch. Also, mein Gott, was soll es? Ich muss es ja auch nicht machen, wenn ich es mir selbst nicht leisten kann. Dann habe ich aber ganz schnell jemand anders, der es macht. Also, insofern, das ist so eine ganz lockere Ebene. So eine lockere Ebene, wo man sich schätzen und einschätzen lernen kann. Dadurch, dass es so völlig unkompliziert ist. Und das ist das Schöne und das Lebenswerte auch an Köln und auch am Rheinland insgesamt, dass es diese Ebene gibt und die nennen wir eben auch schon Klümmel. Das ist auch schon Klümmel. Diese Erstkontaktaufnahme, diese situative Kooperation, die ist da schon Klümmel. Das umschreibt der Kölner, die Kölnerin, auch schon mit Klümmel. Und da können sich natürlich dann Konstellationen daraus ergeben. Ich habe mal ein schönes Beispiel. Ein Freund von mir, auch WDR Reporter, steht in der Kneipe und wie das so ist, man hat eigentlich irgendwie mit jedem Sprung Kölsch getrunken. Und dann fragte den Wirt, sag mal, ich kaufe mir jetzt einen neuen Kühlschrank, ich habe da noch irgendwie so ein altes Gerät stehen, das muss mal irgendwie auf den Müll. Wie machen wir denn das? Hast du eine Idee? Ja, also in Köln ist das kompliziert. Sie müssen irgendwie, mittlerweile geht es online, sonst müssen Sie früher eine Postkarte an die Abfahrwirtschaftsbetriebe schicken und die teilen Ihnen dann behördlich einen Termin mit, wann Sie diesen Kühlschrank morgens um 6 Uhr rausstellen müssen. Wenn Sie den Abend vorher rausstellen, kriegen Sie einen Strafmandat, Sie müssen ein Busgeld zahlen. Also das ist ein bisschen kompliziert. Und in der Regel dauert das auch ein paar Wochen. Und währenddessen haben Sie im Wohnzimmer den Kühlschrank stehen, weil in der Küche ja der neue steht. Das ist auch ein bisschen blöd. Also ist die Frage berechtigt, wie werde ich das Ding los? Und da fragt man natürlich mal so im Nahbereich, Nachbarschaftshilfe, situative Kooperation, hat er den Wirt gefragt. Neben ihm steht ein älterer Herr und sagt, Sarnsjung, küsst du aus dem Viertel? Er hatte das mitgehört und hat eben gefragt, ob der auch aus dem Viertel kommt. Ja, ich weiß schon, an der Stelle des Vortrags muss ich mal übersetzen. In Köln muss ich das nicht. Völlig verdammt. Ja, ja. Wohnen hier um die Ecke. Ah. Bist du mal um früh um neun da? Ich mach's jetzt ein extra ganz so kurz. Ja, wieso? Ja, ich bin hier Handwerksmeister. Ich muss doch auf die Kippe fahren, dann nehm ich das Scheißding mit. Ja, es ist auch so ein bisschen diese raue Herzlichkeit bei den Kölnern. Also, er hat angeboten, als Handwerksmeister, weil er sowieso noch auf die Müllkippe fahren musste, also auf die Entsorgungsstation, wie es bei uns heißt, dass er das einfach mitnimmt. Jetzt könnte man unterstellen, mit dem Klümmelbegriff im Sinne von Korruption, dass da Dankesschulden angehäuft werden und dass der natürlich irgendwann rauskriegt, ah, er ist Journalist. Vielleicht kann der aber über meinen Handwerksbetrieb was machen. Das hat nie stattgefunden. Das war einfach nur irgendwie eine gute Situation und er hat ihm gerne geholfen und damit war das, klar, die haben sich immer wieder gegenseitig viel ausgegeben und so, aber ansonsten, das war einfach so, ja, okay. Natürlich kann man damit auch den Hintergedanken verbinden, Handwerksmeister, okay, ah, Schreiner, gut. Klar, wenn ich das nächste Mal irgendwas zu schreinern habe, wenn ich in der Küche irgendwo dann den Kühlschrank auch noch irgendwo eingebaut haben möchte oder so, ja, natürlich werde ich als erstes den ansprechen. Ist ja logisch. Ich muss ja nur in die Kneipe gehen, was ja auch schön ist. Und vielleicht wäre ja noch ein Bier umsonst. Also insofern, ja, es hängt dann doch wieder miteinander zusammen, aber nicht zielgerichtet. Und dieses Nicht-Zielgerichtet, diese situative Kooperation, die auch erstmal sehr einseitig angeboten wird, das ist eben in der Pyramide die ganz große, breite Basis. Wie gesagt, schätzen und einschätzen lernen. Also, wenn ich da jemandem Kölsch ausgebe und der ist dann irgendwie den ganzen Tag muffig oder der ist noch schlimmer, Westfale, dann kann das auch relativ schnell vorbei sein mit der Kontaktaufnahme. Aber es kann sich auch ein total schönes Gespräch daraus ergeben und es kann sich auch eine dauerhafte Beziehung daraus ergeben. Freundschaft daraus ergeben. Nicht ganz Köln, sondern nur, wenn man aus dem Viertel ist. Haben wir das nicht? Nee, nee. Nein, das... Also auch bei uns gibt es die Rivalitäten zuweilen. In Hamburg gibt es ja auch Stadtteile, ne? Ja, ja, ja. Nein, aber das ist universal, deswegen auch nicht exakt auf das Stadtgebiet Köln. Das ist ja sowieso ein Kunstprodukt. Also der eigentliche Kern von Köln, wir haben ja ganz viele ganz schnell eingemeindet in den 70er Jahren. Also da sind die ehemalige selbstständige Stadt Porz zum Beispiel, also das sind so Mittelkölner, da bin ich groß geworden, deswegen darf ich das sagen. Die haben in den 90er Jahren noch Landtagswahlkämpfe damit bestritten, dass sie Porz wieder selbstständig machen wollten. Also das ist alles relativ mit dem, was gehört jetzt zu Köln nicht. Deswegen spreche ich ja auch hin und wieder vom Rheinland. Das ist wirklich so eine allgemeine Einstellung. Wie gesagt, auf dieser Ebene hat man die Chance, sich völlig unverbindlich schätzen und einschätzen zu lernen. Man ist nicht eingepresst in einen Bekanntschaftsbereich, in einem Verein auf der Arbeitsstelle oder so, wo man auf Gedeihenverderben mit diesen Menschen zu tun haben muss. Das kann in 30 Sekunden schon wieder vorbei sein. Dann nuckelt der seinen Hölsch ganz alleine und ich kümmere mich um den Nächsten. Wer mir da irgendwie blöd kommt, das ist relativ schnell vorbei. Das ist übrigens was, was den Kölnern und den Rheinländern auch nicht umsonst nachgesagt wird. Diese hohe Unverbindlichkeit. In Westfalen dauert es relativ lange, dass sie mit denen in Kontakt kommen. Aber dann ist es auch ein Kontakt fürs Leben. Das heißt in Nordrhein-Westfalen immer so gerne, die Westfalen halten, was die Rheinländer versprechen. Der Rheinländer verspricht sehr schnell. hat nicht so ein gutes Erinnerungsvermögen danach. Aber ich habe mit Politikern gesprochen. Ich habe fürs Deutschlandradio auch mal längere Radiofeatures über das Verhältnis von Rheinländern und Westfalen gemacht. Und Politiker quer durch alle Parteien und auch aus dem Rheinland und aus Westfalen haben genau das beschrieben. Es ist eben wirklich eine ganz andere Herangehensweise. Wo dann ein Staatssekretär mir sagt, ja, dann habe ich da mit den Leuten irgendwie in der Düsseldorfer Altstadt richtig schön einen drauf gemacht. Wir haben uns natürlich alle sofort das Du angeboten. Wir haben uns super verstanden. Am nächsten Tag wusste er überhaupt nichts mehr davon. Nicht, weil er so viel getankt hatte, sondern einfach nur, weil das so unverbindlich ist. Und man so, ja, macht man das an dem Abend mal. Und ob man da am nächsten Tag noch was vermissen will oder nicht. Schauen wir mal. Schätzen und einschätzen lernen. Das kann auch negativ ausgehen. Da, wo das positiv ausgeht, da kommen wir dann in die nächste Stufe der Pyramide. Nochmal, nicht trennscharf. Man kann das nicht ganz klar als Grenze ziehen. Aber in der nächsten Stufe der Pyramide sind wir da bei den Netzwerken. Schöner, neumodischer Begriff. Die Netzwerke, da sind wir auf einer Stufe, wo dann schon eine Gegenseitigkeit da ist. Wo man, und das gehört auch zu diesem immer noch positiven Plümmel, in den Bedürfnissen des Anderen denkt. Siehe dieser Handwerksmeister, der einfach nur zuhört und denkt, ach, ja eigentlich, da ist hier jetzt nicht so viel Arbeit da, am nächsten Tag noch kurz vorbeizugehen, den Kühlschrank noch mitzunehmen. Nicht intentional an der Stelle, aber das kann natürlich irgendwann intentional werden, wenn man eben sagt, hör mal, lass uns doch zusammenarbeiten. Feststellt, dass man in einem ähnlichen Berufszweig unterwegs ist oder dass man sich optimal ergänzen will. Wie oft habe ich irgendwelche Kameraleute oder sonst was kennengelernt, mit denen man dann irgendwie mal zusammen Projekte macht. Da wird es dann zum Netzwerk und da kommen wir dann schon, das ist wie in jedem anderen Netzwerk auch, da kommt dann schon sowas wie eine Dankesschuld. Wenn ich immer derjenige bin, der vom Netzwerk profitiert, dann kann das irgendwann nicht wirklich gut gehen. Also wir kommen da schon auf so eine Außentauschgebende. Die situative Kooperation die ziehen sich nicht auf das Kneipenklot zu dürfen. Sondern das ist für jeden sichtbar. Das ist öffentlich. Das ist auf der völlig öffentlichen Bühne. Das muss auch die Öffentlichkeit nicht scheuen. Und diese Netzwerke brauchen die Öffentlichkeit auch nicht scheuen. Schwierig wird es dann, und da kommen wir jetzt in die Spitze der Pyramide, schwierig wird es dann, wenn wir eben tatsächlich in den Bereich der Korruption kommen. Weil Korruption scheut die Öffentlichkeit. Das heißt, man kann die Uhr nachstellen, in dem Moment, wo das Ganze geheim wird, wo man sich abschottet gegen die anderen, gegen Außenstehende, dann kommen wir zumindest in die Gefahr der Korruption. So, und dann ist ja Korruption, wie gesagt, im Strafgesetzbuch gibt es das nicht. Und ich als Sozialwissenschaftler sehe Korruption natürlich weitergehend als den eigentlichen strafrechtlichen Kern. Denn so manches, wie Ämterpatronage beispielsweise, ist ja gar nicht strafbar. Der harte Kern, was als Korruption tatsächlich strafbar ist, ist dann ehrlich gesagt relativ wenig. Und es sind meistens extrem milde Strafen. Korruption wird verdammt mild bestraft in dieser Republik. Und es kommt dann noch dazu, dass Korruption nicht so intensiv verfolgt wird. Und das nicht nur in Köln. Das liegt an der Personaldecke, der Justiz, der Polizei. Das liegt zum Teil auch einfach an der Sachkenntnis, weil sich in Stadtverwaltung, in Kommunalverwaltung einzuarbeiten, sich am nächsten Tag in Wirtschaftsverwaltung einzuarbeiten, in den Wirtschaftsverwaltung einzuarbeiten. Und das wieder in ganz unterschiedlichen Bereichen, das ist verdammt schwierig. Ich weiß noch, als in Köln die ersten großen Korruptionsfälle im Rathaus hochkamen, da waren es der Kollege Scheuch und meine Wenigkeit, die von der damals gedründeten Sonderkommission der Kölner Kriminalpolizei eingeladen wurden, wo die Schlichten einfach gefragt haben, erklärt uns mal, was ist ein Oberbürgermeister, was ist ein Dezernent, was ist ein Amtsleiter, wer hat welche Befugnisse, wie sind die politischen Spielchen im Stadtrat, klar es gibt Fraktionen, aber wo sind die inoffiziellen Pfade, wer spricht mit wem, wer klümmelt mit wem. Damals bin ich dann nicht so reflektiert dran gegangen, das macht man natürlich in Situationen, wo man sich ja längere Zeit beschäftigt, dann natürlich intensiver, aber auch da war es schon so, dass man feststellte, die haben eigentlich gar keine Ahnung davon, was ja auch logisch ist. Die haben gestern noch Mord gemacht, dann Wirtschaftsverbrechen und auf einmal hängen die da in so einem politischen Bereich drin. Hinzu kommt, dass die Gerichte konsequent landauf, landab, in der ganzen Republik völlig überlastet sind. Und Korruptionsverfahren dauern Zeit. Richtig Zeit. Da haben sie locker mal 200 Verhandlungstage. Und das aufzuarbeiten, und sie können natürlich auch Nebelkerzen werfen ohne Ende, das aufzuarbeiten, ist schwierig. Und dann kommt zum einen in der Rechtsprechung mittlerweile sozusagen der Verzögerungsbonus. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, wenn es nicht in ihrer Schuld als Angeklagte, als Angeklagter liegt, dass sich ein Gerichtsprozess verzögert, er das aber trotzdem tut, weil zum Beispiel zu wenig Richter da sind oder was auch immer, dann bekommen sie einen Strafrabatt. Und dadurch kommen wir in Korruptionsverfahren in aller Regel auf Bewährungsstrafen, auf Geld- und Bewährungsstrafen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo das eine reine Kosten-Nutzen-Abwägung ist für diejenigen, die genau in diesem Feld sich bewegen wollen. Reine Kosten-Nutzen-Abwägung. Außerdem gibt es noch einen spannenden Aspekt bei so einer Kosten-Nutzen-Abwägung, nämlich wann das Ganze juristisch verjährt. Ein bisschen Steuerdelikte verjähren nach wie vielen Jahren? Bitte? Zehn. Zehn. Also für diejenigen, ich bin ja als Freiberufler unterwegs, insofern, ich muss, also bei der Hochschule angestellt, das ist meine erste Festanstalter in meinem Leben und zwar ich war immer freiberuflich unterwegs, muss zehn Jahre lang meine Unterlagen aufbewahren. Zehn Jahre. Das ist lang. Wie ist die Verjährungsfrist bei Korruption? Also bei dem, also jetzt sagen wir mal ehrlich, bei der Steuer, da kann doch mal was schief gehen. Also glücklicherweise bei mir noch nicht. Zum einen, wenn man auch in jungen Jahren schon in der Öffentlichkeit steht, zum anderen, wenn die Mutter Steuerbeamtin ist, das will man nicht. Insofern bin ich da immer übervorsichtig und tatsächlich ist es so, dass sie zehn Jahre die Steuersachen aufbewahren müssen und Korruption, wann verkehrt die? Fünf Jahre. Das Witzige ist, dass man dann in der Regel Schwarzgelder, die man im Wege Korruption kassiert, ja nicht mehr der Steuer angibt. Eher ein bisschen. Deswegen kriegt man die meisten Korruptis eigentlich nur noch wegen der Steuergeschichte. Die werden dann nur noch wegen Steuerstraftaten vorurteilt und eigentlich nicht mehr wegen der Korruption, weil man die gar nicht mehr zu fassen bekommt. Das ist die drei Prinsen vorgehen und sagen, jo, war jetzt nicht so toll, ist aber fünf Jahre her. Jetzt sage ich die Steuern, ist gut. Also, insofern ist es die Kosten-Nutzen-Rechnung, die da aufgemacht wird und es ist etwas, jetzt kommt noch ein neuer Begriff, was ich Korruptionsethik nenne. Es ist jetzt schwierig, Korruption und Ethik in ein Wort zu bringen, aber tatsächlich kann man aus meiner Sicht aus diesem Modell des Klümmels die Rechtfertigungsstrategien ablesen. Wenn sie einfach gewohnt sind, dass man erstmal sehr unkompliziert miteinander in Kontakt kommt, dann irgendwann eben in den Bedürfnissen des Anderen denkt, sich gegenseitig hilft, sich schätzen und einschätzen lernt, sich dann irgendwann gegen andere abschottet, weil, wir sind doch die Besseren. Das Bauprojekt, aber die haben das noch nie auf die Reihe gekriegt, hier in Köln, Bauprojekte, Großbauprojekte in Köln. Ja, wir bauen keinen Flughafen, aber in Europa. Eigentlich sanieren wir die auch nur, aber auch das können wir nicht. Ja, und das machen wir regelmäßig. Also, bei allen großen Bauprojekten in Köln läuft garantiert irgendwas schief. Und wenn was machen wir, haben wir was richtig. U-Bahn. Also, wir lassen es richtig schief laufen. Ja, U-Bahn, Köln Arena und das Rathaus, Messehallen, wir haben jetzt so eine Hubschrauberlandestation, das läuft auch alles, ja, es geht eigentlich gar nicht. Schöne Geschichte am Rande. Also, man guckt gerne mal einfach gar nicht so intensiv hin, ja, weil es kann ja irgendwie jemanden geben, der davon profitiert und den möchte man ja jetzt auch nicht in die Suppe schrucken. Das ist ja auch, ne, und da braucht man beispielsweise direkt am Rhein, wenn Sie mal nach Köln kommen, ja, und aus dem Zug steigen beispielsweise und diese komische Bahnhofskapelle da auf dem Runden dann in Richtung Rhein gehen, dann kommen Sie auf der Rückseite der Philharmonie vorbei. Ja, und da gibt es einen Platz, der ist einem großen Sohn der Stadt benannt, Heinrich Böll. Da gibt es gerade nochmal so präsent, weil vielleicht auch noch kleiner Tipp für diejenigen, die sich für Köln interessieren, dass ich, ob Sie die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte kennen, diese Wochen, diese Beilage zur Wochenzeitung und das Parlament. So im Bereich der Geisteswissenschaften ist das so der heilige Gral. Jeder, der da entsprechend unterwegs war, studiert hat, hat das gar nicht schon mal in der Hand gehabt. Das ist so etwas, etwa DIN A5-Format und kommt wie gesagt jede Woche raus, immer wieder zu spannenden Themen. Die haben mal angefangen letztes Jahr mit einer Dresden-Ausgabe aus aktuellem Anlass und machen sonst so Meta-Themen, Pressefreiheit oder sonst irgendwas. Und wir machen am 9. Januar eine Köln-Ausgabe. wird auch im Netz verfügbar sein und da habe ich das Stück zur Kommunalpolitik in Köln geschrieben. Also herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung kann man dann auch da kostenlos bestellen. Also vielleicht schon mal 9. Januar schon mal in den Hinterkopf nehmen. Und mein Einstiegsbild in diesem Artikel, lauter ich jetzt schon mal aus dem D-Kästchen, ist eben genau dieser Heinrich-Böll-Platz. Heinrich-Böll, der auch mit seiner Stadt immer wieder seine Schwierigkeiten gehabt hat. Und was passiert auf diesem Heinrich-Böll-Platz, wenn Sie da als Touristin, als Tourist ankommen. Sie laufen fröhlich auf den Platz zu und irgendwann stehen da plötzlich Wachleute. Nur du kommst ja nicht rein. Da ist dann einfach Schluss. Ja, man hat leider bei diesem Bauprojekt für viele Millionen vergessen, dass wenn man einen Platz baut und unter diesem Platz der Philharmoniesaal ist, der Konzertsaal ist, dass man da bei der Statik vielleicht ein bisschen auf achten sollte. dass Skates, Fahrräder, selbst Stöckelschuhe sehr anstrengend sein können. Genau, die Ausbreitung der Schallwelt. Und deswegen ist das jetzt mittlerweile seit 15 Jahren, das kostet über 100.000 Euro im Jahr, seit 15 Jahren ist dort eine private Wachgesellschaft, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als da zu stehlen. Für viele Touristinnen und Touristen ist das die erste Begegnung mit Köln. So eine Sehenswürdigkeit. Das wäre auch schon durch alle Medien im Bundesrat immer mal wieder, aber es ist leider mittlerweile, viele kennen es halt schon. So was ist, also in Köln Bauprojekte, Sie sprachen schon das Stadtarchiv an, das Historische Archiv der Stadt Köln. Auch das ist ja eine Verkettung von Unverschämtheit. Da sind zu wenig Stahlbügel. Sie müssen wissen, wenn man dort Beton gießt, dann gießt man ein bisschen Beton, dann haut man da Stahlbügel rein, damit das eben in der entsprechenden Form bleibt. Und Sie können sich vorstellen, wenn man da weniger Stahlbügel reinmacht, in den Beton, dann bleibt das nicht mehr ganz so in der Form. Dafür sind aber kunstige Wege. Ja, vor allem, wenn Sie die Stahlbügel trotzdem abbrechen können. Und das hat man in Köln gemacht. Das wird generalstabsmäßig durchorganisiert. Man fährt die Stahlbügel dahin, nach drei Wochen fährt man die wieder weg, hat die Tasche voller Geld und der Stahl hat gezahlt. Wir haben als Reaktion auf die ersten großen Korruptionsskandale in der Kölner Stadtverwaltung gab es mal eine mobile Prüfgruppe vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln. Die sind rausgefahren, verdachtsunabhängig auf städtische Baustellen und haben sich genau das angeguckt. Weil wenn das einmal zubetoniert ist, dann können sie da nicht mehr reingucken. Und deswegen sind die hingefahren und dann ist es regelmäßig, es gab regelrechte Unternehmerfrühstücke, wo die sich getroffen haben und abgesprochen haben, wer welches Angebot abgibt und wie hoch. Und es gibt bestimmte Gewerke, da gibt es dann irgendwie nur ein Dutzend. Ja, die haben dann zusammen gefrühstückt. Die hatten ein Netzwerk. Ja, eins, das sich nach außen abgeschottet hat und das war letzten Endes Korruption. Und das war, was die angetrieben hat, Korruptionsethik. Weil natürlich immer wieder dieses Ding dabei ist, diese Rechtfertigungsstrategie. Man nennt es in Köln so schön, wir tun das ja alles nur für Köln. Gut, wenn man die Gruppe der Dutzend Unternehmer, die da frühstücken, als sein Köln wahrnimmt, dann stimmt das. Und dann kommen wir genau zu dieser Geschichte mit der Kosten-Nutzen-Abrechnung, der Kosten-Nutzen-Abbäckung. Also die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, schlicht und ergreifend. Und gleichzeitig eben diesem Habitus, wir tun ja eigentlich keinem weh. Und das ist tatsächlich so, dass das Bundeskriminalamt von Korruption als opferlosen Delikt spricht. Und da knüpfe ich eben mit meinem Begriff der Korruptionsethik an. Natürlich ist Korruption nicht opferlos. Das Opfer sind wir, über höhere Preise im Bereich der Wirtschaft, über höhere Steuern und Abgaben im Bereich des öffentlichen Lebens. Aber, und als der Lübbel Verlag angefragt hatte zu diesem Buch zum Thema Korruption, dann kamen noch so Ideen, ja, man muss ja auch mal gucken, wie kann man das vermarkten, man muss ja mal sehen, schön in Bildern sprechen, wird immer gut, kann man dann auch gut bei Vorträgen und bei Lesungen mit einstreuen. Und dann gab es so die Idee, rechnen Sie doch mal aus, was das denn, sowas, was jeder so am Tag an Korruptionsgeldern zahlt. Ja, das haben wir sehr schnell aufgehört. Aber es macht keinen Sinn. Wenn Sie das auf die einzelne Tasse Kaffee runterrechnen beispielsweise, Kaffee Rösterkartell, hat es tatsächlich mal gegeben, wenn Sie das umrechnen auf die einzelne Tasse Kaffee, dann können Sie das vergessen, auf die einzelne Kadde Kaffee, auf Ihren Kaffee Konsum im ganzen Jahr, dann kommen Sie irgendwie auf einen Euro. Also damit locken Sie keinen hinterm Ofen her. Und dann können Sie irgendwie so eine Zahl, oh, in ganz Deutschland so und so viele Millionen, wenn es für jeden von uns im Jahr ein Euro ist, 80 Millionen Euro, 80 Millionen Euro ist jetzt schon viel Geld. Aber das Einzelne auf die Opfer runterzubrechen, das ist mir aber viel gefährlicher, als jetzt hier Korruption. Mein Gott, hau mehr ab damit. Und das ist genau die Schwierigkeit, die wir bei der Vermittlung von Korruptionsgefahren und bei der Verfolgung und auch öffentlichen Diskussionen über Korruptionsstrategien haben, dass diese Leute sich tatsächlich deswegen Korruptionsethik eine Rechtfertigungsfolie zurechtlegen, wo sie sagen, wir tun ja keinem weh. Das merkt ja sowieso keiner, das ist doch nicht schlimm. Und im Übrigen gibt es ja eben diese dysfunktionale Seite der Korruption. Wir müssen mehr zahlen, aber nur ein bisschen. Es gibt aber auch, und das muss man ehrlicherweise dazu sagen, natürlich auch eine funktionale Seite der Korruption. Weil da, wo die Menschen, die sich schätzen und einschätzen mit der Hand haben, da, wo die Menschen, die schon länger miteinander zusammenarbeiten, jetzt was zusammen machen, ja, da funktioniert es auch. Wir haben den Fall gehabt, einen Schlosser, einen Schlüsseldienst und eine Schlosserei gehabt. Da habe ich mir auch von vorne bis hinten den ganzen Prozess angeguckt. Ja, das war so schleichend mit dem Sportamt, einige öffentliche Sportstätten in Köln. Da hat sich das so eingeschlichen, dass er mal Aufträge gemacht hat, das ist gut gelaufen, dann ist mal jemand anders beauftragt worden, der war billiger, das ist ja meistens in den Ausschreibungen im öffentlichen Bereich, Sie müssen den billigsten nehmen. Nicht den im wahrsten Sinne des Wortes preisgünstigsten, was ja dann auch die Günstigkeit mit einschließt, sondern es geht nur um den Preis, es geht um billig. Ja, das ist manchmal jetzt nicht das Beste. Man könnte sich im Jahr das Schloss wieder austauschen, das ist jetzt auch nicht so toll. So, und deswegen hat man dann irgendwann gesagt, ach ja, also der Sachbearbeiter, der dafür zuständig war, ach, den nehmen wir jetzt so oft es geht. Und daraus hat sich so eine Beziehung entwickelt, man konnte sich auf den verlassen, der Schlüsseldienst, der Schlosser, wann immer man den brauchte, der ist da, der macht das ordentlich, ich kann mich darauf verlassen, ich habe nicht im Jahr schon wieder einen Nachtrag, ich habe nicht im Jahr schon wieder die Notwendigkeit, alles neu zu machen, was oder damit. So, und daraus hat sich dann eben so eine Beziehung ergeben, wo dann man sich natürlich auch mal privat unterhält. Der Einländer ist ja einfach dann auch schnell dabei, untere Ebene, situative Kooperation, man fährt am Kölsch zusammen und dann erzählt eben auch in den Bedürfnissen des anderen Denken, erzählt der Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Mitarbeiter von Kommunalverwaltung sind wirklich nicht hoch bezahlt. Wirklich nicht. Also das meine ich jetzt auch ernst. Und dann erzählt der, ja, mit seiner Familie will er in Urlaub fahren und Auto ist kaputt und er, Schlosser, sei doch Handwerker und will doch, ob er vielleicht jemanden kennen würde oder so, der ihn dann reparieren könnte. Ja, und so kam es dann zur Autoreparatur. Und so ging das immer weiter. Dann war das Auto schon wieder mal kaputt. Ja, aber das ist jetzt so kurz vor dem Urlaub. Kannst du mir nicht irgendwie ein Auto aus deinem Fuhrpark, hast du da nicht irgendwie einen, wo jetzt nicht Schlüsseldienst steht? Ja, und dann hat er eben dem mal das Auto geliehen. Ja, und weil das ja alles irgendwie über die Firma läuft, ne, musste er natürlich auch das Benzin nicht bezahlen. Klar. Ja, und irgendwann wurde er dann so dreist und hat gesagt, also eigentlich brauche ich auch noch ein bisschen Urlaubsgeld. Da ist es dann irgendwann aufgefallen. Gleichzeitig gibt es in diesem Bereich, wo man dann in solche, ja, schon freundschaftlichen Beziehungen eintritt, natürlich auch Verführungsstrategien. Also es ist nicht immer so, dass man vorsätzlich hingeht und sagt, heute gehe ich mal richtig korrupt durchs Leben. Zum einen, ja, zum einen gibt es auch das. Zum einen gibt es das als Folge von Enttäuschung. Wenn sie seit 15 Jahren nicht befördert wurden, ja, wenn sie merken, dass ihre Hierarchie jetzt nicht unbedingt immer sinnvoll arbeitet, weil vielleicht auch Korruption dahinter steckt oder schlicht und einfach nur Schlampigkeit oder Dummheit. Da kann es sein, dass sie irgendwann ein unglaubliches Frustpotenzial aufbauen und dann eben auch sagen, ich nehme mir jetzt mal das, was mir eigentlich zusteht. Das ist die eine Strategie. Es kann aber auch sein, dass sie auf ganz perfide Art und Weise von diesen Menschen, die sie eigentlich meinen, als Freunde gewonnen zu haben, verführt werden. eine solche Verführung läuft dann nicht so, dass da jemand mit dem Geld sitzt und sagt, ach, hier, ich kann Ihnen das nicht empfehlen, das nachzumachen, wenn Sie in eine Verkehrskontrolle kommen. Jetzt gleich auf dem Rückweg mit dem Auto. Sollten Sie die Angewohnheit bisher gehabt haben, in Ihrem Portemonnaie einen Teil des Geldes zu haben und zum Beispiel sagen wir mal so einen 50-Euro-Schein noch beim Führerschein in der, ich habe hier auch so einen Portemonnaie und hier habe ich meine Papiere und bei den Papieren noch einen 50-Euro-Schein, den Sie sich zur Seite legen, sozusagen als der Notausch. Wenn man da irgendwie noch ein bisschen mehr getrunken hat, mit dem Taxi nach Hause fahren muss, Auto stehen lässt und dann hat man da noch auf jeden Fall mal seinen Notschein drin. Geben Sie bitte um Gottes Willen niemals einer Polizistin oder einem Polizisten Ihren Führerschein mit diesem 50-Euro-Schein? Es kommt vor. Es wird immer als Korruption ausgelegt. Da müssen Sie schon verdammt gut erklären können, warum das jetzt kein Korruptionsangebot gewesen sein sollte. Also ich meine, so dumm sind die Menschen da meistens auch nicht. Das fällt ja auf. Es gibt aber auch manchmal Strategien, die sich da reingezogen werden, wo sich Menschen diesen Knümmel zum Nutzen machen, eine situative Kooperation entstehen lassen, gezielt, ein vermeintliches Schätzen und Einschätzen konstruieren, auf die Ebene des Netzwerks gehen, das mit einem Freundschafts-Impetus verbinden und sie werden weniger wachsam. Christian Wohl. Bobby Kahn. Sie werden weniger wachsam. Und ich meine, das kann doch wirklich mal sein, dass man dann eben so ein Bobby-Kar, was kostet das, 15 Euro oder so. Da denkt man doch jetzt nicht wirklich drüber nach. Oder? Doch. Oder jetzt haben wir wieder langsam Jahreswechsel. Kommt jetzt bald wieder, da kriegen Sie doch auch so alle, da kriegt man einen Buchschreiber geschenkt, eine Flasche Wein geschenkt oder man schenkt mal eine Flasche Wein. Oder kennen Sie diesen Kalender? Ja, man hat, also ich habe einen Kalender mit dabei im Handy drin, aber Sie, darf ich mir das mal kurz in die Hand nehmen? Gerne. Dieser Kalender hier beispielsweise. Haben Sie ein Geschenk bekommen oder selbst gekauft? Ich glaube, das ist von meiner Tochter hinter Lufthansa drauf. Ja, Lufthansa Cargo. Aber meine Tochter. Lufthansa Cargo. Hier steht es jetzt drauf, Lufthansa Cargo, aber das sind so klassische, deswegen, Entschuldigung, dass ich jetzt, aber das sind so klassische Geschenke. Kein Nix-Artikel. Kostet nichts. Und da kann es auch mal sein, haben Sie schon mal gesehen, dass hier so, ich bewundere Sie, haben Sie das schon länger? Ja. Weil normalerweise, die Ecken werden manchmal so ein bisschen, Sie haben das sehr gut gepflegt. Ja, ich habe das immer auch im Stuhl. Ja, ich. Laten Sie demnächst mal jemanden von den Trick, die ihm ein oder so. Diese Ecken, die gehen manchmal, und da gibt es manchmal so Applikationen drauf, irgendwie so ein Stück Metall, das kennen Sie auch. Und dann bekommen Sie das geschenkt und einen Kalender, so einen richtigen Kalender, wo dann, ich habe jetzt nicht reingeguckt, soweit möchte ich jetzt nicht gehen, wo Sie dann Ihre Termine eintragen, als Mitarbeiter einer Kommunalverwaltung. Und so Mitte des Jahres kommt der Herr Unternehmer oder die Frau Unternehmerin dann nochmal und sagt, ach übrigens, den Auftrag da, den kriege ich, ne? Nee, du, die anderen sind diesmal wirklich preisgünstiger. Das kann ich nicht machen. Doch, doch, das machst du. Wie, das machst du? Was hast du plötzlich für einen Ton am Leib? Was soll denn das? Ich denke, also du musst auch mal zusehen, wenn du Zweiter wirst. Mein Gott, ist halt so, ne? Guck mal, also entweder kriege ich jetzt den Auftrag, das soll dein Schaden nicht sein. Ja, nee, jetzt komm hier nicht mit Korruption. Nee, jetzt komm hier nicht mit Korruption. Du bist doch korrupt. Wenn du jetzt nicht mir den Auftrag gibst, gehe ich jetzt zu deinem Chef und zeige dich an wegen Korruption. Genau. Genau mit dem Blick sitzen sie dann da. Und dann erklärst du ihnen, dass dieses Material des Kalenders irgendein teures Leder ist, das nahezu unbezahlbar ist. Und dass diese Applikation, die da irgendwie aus irgendeinem plastikähnlichen Zeug angeblich sein soll, dass das reines Platin ist. Und dann schau, wenn du jetzt ein Schaden angeblich sein soll, dann schau, das ist das erste. Und dann schau, das ist das erste. dass diese Applikation auch nicht mit mir dass das ein Schaden ist. Und dann schau, Vielen Dank.